aus yo 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 hey Leute hier ist sich haben wir девos wer savez und willkommen zu einer gelieber video genau Daley Videos die ich nicht zuordnen kann doch mag einfaches installiert ja ich habe auch was vor ich würde heute 165 gefäße öffnen also schlagen weiß nicht wie viel wir von diesem dinger bekomme ich werde das jetzt alles aufnehmen und dann wenn wir die auch öffnen das wird schon so eine stunde oder mehr ich möchte ich hilfe jemanden der mir hilft war alleine doch ich gehe ich nicht hin ich habe ich jetzt weiblich gemacht habe jetzt meine haare geändert habe auch im stream gesehen aber eigentlich würde ich ein so bloß 8er kippen kaufen ein neuner weil jetzt irgendwie ist das neuner kippen also nur 5 kippen teurer als das 8er und ich dachte mir so wieso sollte ich jetzt plus 8er holen wenn ich plus 9er holen kann es hat einmal die 69 russie die s6 bestand und einmal die boah ich habe hier irgendwie weh gehabt ich glaube natürlich war ich sehen geworden das war so klar kopf boah er macht sogar damage alter wusste ich ja nicht ja meine schleude und so bin ich eigentlich fleißig am upgrade muss ich sagen denn ich will sie halt unbedingt auf plus 9 haben ist also wichtig ganze equipment plus 9 zu haben jetzt das hat etwas mit der menschen natürlich aber ich bin gerade aus der fernwurst geflogen worden weil ich mich da ein bisschen beschwert hatte ich habe ein bisschen rumgeheult oder ein lege deine kenne ist da oben ok oberhaupt zu sagen hier aber ich hoffe ich bekomme riesige ich hoffe der film wird dann gescheiter sein also normal zu sagen ja weil ich will nicht dass die leute nicht werfen aber ich bin einfach dass ich eine gruppe bekommen das ist mir das wichtige medität ist egal ob wir hintergehen oder nicht weil wenn unten das ist dann soll ich einfach niemand nicht auch wenn wir hintergehen das soll einfach fair sein meine güte man muss kompromisse eingehen aber manche fans können das hat leider nicht ich fand es echt schade ich war eigentlich nicht schlecht ich kann es echt nicht schlecht reden naja ich werde schon länger bis 17 ich finde das schade so ich habe jetzt neues wort geholt für meine reihe hier dieses also person ich will eigentlich ertränke welche sind mir das wichtigste doch egal hier ist gold auf diese 3k obwohl es nichts ist und ihr oder was also schützen wir mal muss sagen weibliche pirat gefällt mir ein bisschen mehr als hält ihr schwert tut mir leid weil ich bin doch immer etwas krank erkältet scheiße so videos zu machen ja moral und ja macht macht ja hat reichert damit sich dort war schon ein bisschen mehr ich glaube ich sind 400 also 0,4 kam der damage als das letzte mal ja hier ist ein monster ich treffe sogar mit mit moralen ich bräuchte ich bräuchte eine wasserfehl mit 50 prozent und feuerfehl mit 50 prozent alles 50 prozent das vergeteilt was schreibt unten kommentar was denkt ihr was ich mir holen soll weil ich habe jetzt 101 kk ich will natürlich ich bin jetzt zwei hier holen zusammen also die beiden zusammen so 40 kk max würde ich zahlen also jeden 20 hk da würde ich mir holen dann hat er 6 bis 9 equipment das hat mehr aushält und das auch damage verteilt kann und durch den effekten von den equipment teilen bekommt er bloß glaube ich insgesamt noch 13 resi mehr genau verendet ihr will ich dann 70 es ist kaufen doch das einfach richtig krass tanken kann bis hier also das sind auch damit kommt und denken kann und dann der frage was geht hier hin aller haare ist neben der feste nicht jetzt könnten kann auch noch was dahin kommt schon viel erholung sind aber bitte geht er hoch das wort ich will die riesigen erholung sind über die am meisten geld geben ich habe die ich also ich bin ich warte zu sagen eigentlich einfach nur bis der auf einen gewissen preis wieder kommen und dann verkaufe ich so wie gillium stein gillium stein muss ja mal wieder haben manchmal zweiten charakter 35er genau ist ja muss er aufwärts sich warte warte ich mache jetzt komm aufwärts sicher für mich warte 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 hier alles die halten alles aus dass du dich denken dass sie sonst ich bin überlegen mit diesen pärz vielleicht wechselt anstatt denen müde ich mir vielleicht mit TV ich bin mir nicht sicher ist sie nicht gut weil sie gibt dann nur also der kraft sind wir eigentlich dran ich kann aber frost der wasser die sie mit zehn prozent mit der mensch überlegung ist einfach auf sich viel mehr lohnt wegen der rassi ich weiß ich was würdet ihr sagen oder normales buschi einfach nicht er machte auch damit was geht er machte ich noch 120 hat er nicht seit jetzt die überlegung was sich am meisten sich rund entweder buschi bb oder vielleicht auch was ganz vielleicht auch ein ganz anderes bett jetzt die frage ich weiß es ja ich merke ich nehme ja den vorladen auf 20 gar nicht nein egal dass ich das spielst du bist vor der d also ich weiß nicht ich bin auch überlegen wie der vorladen die videos zu hoch zu haben hd hat er hat er nur den zweck weil ich nicht so viel zeit hatte dass das mit rennen dazu das geht schnell aber das mit hochland dauert mal ein bisschen auch schon anders dran ich brauche andere denke ja ich habe schon zehn struktions sicherlich teiljungs tränke sind rüstungs tränke heißen die frage ich ja da finde ich doch doch schon ich muss jetzt wirklich weg und sterbe ich wegen dem monster da ist ja genau wegen dem monster ich dachte schon dass das wenn jetzt geht es ja nicht so fuck danke das helfen also ich war eigentlich hier voll unnötig figured aber was meinen genßen warte mal was ist das für richtig feuer und was hat so viel sozusagen oder liegt auch schon interessant Ich kann leider nur so anhalten. Oh mein Gott, diese Werbung, die meine Schweren haben. Ich kann nur ganz normale Musik hören, ich kann verarbeiten. Weil diese Scheiße zu finden, da wird so lange. Fuck. 2,3 Karts, 2,1. Schlecht. Wisst ihr, was ich vermisse? Den roten Magier, wo ich den geabbildet habe. Das vermisse ich am meisten. Es war so geil, die Videos haben echt Spaß gemacht. Also es hat echt Spaß gemacht, die Videos zu schneiden. 15. Wow, wie viel ich bekomme. Ja, aber läuft bei mir. 25, 1. Vielleicht auch 30, nein, leider nicht. Naja, egal, passt schon. Das finde ich schlimm. Ich brauche es auch. Heimgutristalle. Ich könnte diese Dinger wieder haben. Ich habe jetzt 30, 30 riesige Getränke. Das war, das war nicht schlecht. Also damit kann ich leben. Boah, ich kann den Chef. Sein Chef, okay. Das tut mir echt leid. Es ist echt mies heute. Wir werden das hier schon packen. Für die Israelis einsetzt. Weihnachten балert und geنت were dazu, wenn die respecto Not dran machen. Mit Ihrer Seite sind es der Fotos. Ja, ich幫 Sie nicht ein wenig. Aber worané und bin custard, was Integrationsstreife in der Läden machen. Mir ist euch auf die Läden. Was hört ihr denn? Wie soll denn, wenn die meisten ist? Beideuern einseutet. Ich sitze mit den Falles zu Recht. und das ist die explosions schock alles klar wir uns geschmiert wird überringert und es ist nicht möglich anzeigen ausweichen lassen und dann bleibt nicht so gut wie ich sagen da versteht plötzlich dann so viel für diesen scheiß die mir echt gespannt wie viel wir bekommen als wenn so 30 stück bekommen dann 40 50 stück sind perfekt dann würde ich mich übelst freundern wir würden doch einen gewinn machen weil die versicherte krisse war damals nur 3k wert und jetzt sind wir halt ja ja der preis ist halt leider explodiert ich muss leider nur mit allen kämpfen umschlagen oh ja stimmt dabei das doch das doch ich dachte schon das stimmt jetzt wirklich ja perfekt wir haben es geschafft 3.400 okay ich hab mal drei oder von seinem level irgendwie so ja ich hoffe euch hat dieses kleine video gefallen und ich bin wahrscheinlich gerade jetzt in der schule deshalb kann ich jetzt auch nicht spielen und so aber ich schaue dann nach was sie geschrieben habt und beantwortet eure fragen dann und das ich hab doch und bis zum nächsten mal